Naja, ich hoffe mal, ich bin jetzt in der Nähe, zumindest mal in der Nähe von dem Punkt, wo ich gerade eben war. Naja, mal sehen. Oh. Das ist sogar noch ein gartes Stück vorher, oder? Sollten. Hmm. Hmm. Wer ist denn mit R? Ach ne, R, okay. Macht Upgrade, super. Schön. Ja, wieder ausschalten. Ich habe nicht zu viel verschwender. So, dann wollen wir doch mal den schnell über den Haufen hauen. Okay. Eben, ging die noch? Irgendwas konnte ich doch damit noch machen. Ach, wahrscheinlich mit Machtschub in die Tür rein, Herrmann. So, das habe ich wahrscheinlich. Ah. Damit hätten wir es wohl. Diesmal ging es sogar schneller als gerade eben. Warte mal. 25? Ah, ne. Das hat noch nicht gereicht. Da brauchen wir 45. Schade. Na dann. Wollen wir doch mal sehen. Was können wir? Moment. Da kommt jetzt einfach die Sicherung rein. Ach, komm. Wollen wir doch mal sehen. Wollen wir doch mal sehen. Welche Sicherung nehme ich? Hier sind ja noch alle Kanonen intakt. So. Hä? Ähm. Hallö. Ich bräuchte halt so eine Sicherung hier. Ja. Ja. Das ist jetzt noch viel bescheuerter. Warum auch immer die Kanone kaputt gegangen ist. Hm. Aber das ist das Problem. Jetzt komme ich nicht mehr. Da würde ich nicht mehr an die Tür rein. Oder durch die Tür kommen. So. So kriege ich jetzt hier die Sicherung nicht raus. Hm. Irgendwas ist doch hier doch komisch. Irgendwie muss ich an diese blöde Sicherung reinkommen. Naja. Hm. Komm schon. Ich brauche diese blöde Sicherung hier. Warum auch immer die andere kaputt gegangen ist. Okay. Ähm. Dann eben das Ganze nochmal. Einfach. Hm. Weil ich gerade irgendwie nicht weiterkomme. Aber ich meine. Eigentlich funktioniert die Kanone ja noch. So. Schön. Und dann... Aktivieren wir uns doch mal ein wenig. Okay, da kommt noch keiner. Wow. Ah, okay, yes. Einfach so hinüber. Wo stand ich hier vorne? Da stand Kuh. So. Okay. Selber Fehler wie gerade eben. Was ist denn jetzt hier los? Verdammt. Ja, dafür brauche ich eine Sicherung. Verdammt. Ich finde ja nix. Hm. Das ist echt blöd gerade. Keine Sicherung. Keine... Wieso komme ich da nicht ran? Hm. Ja, ich weiß. Fortsetzen. Vielleicht muss ich den Fighter auch vorher aufhalten. Ich weiß es nicht. Aber hier finde ich wohl kaum eine Sicherung. Hm. Sie dürfen nicht zur Hauptkanone. Mit was? Tun wir es. Hm. Nein, die Nase. Okay. Geil. Hm. Hm. Da funktioniert es auch einwandfrei. Warum gleich nicht? Hm. 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 So. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie lange die Jungs jetzt gegen mich durchhalten. Hör. Die Jungs jetzt fangen. Ich hab dich. Hör. Wenn ich jetzt gedrückt halte... Verdammt! Irgendwas klappt da nicht. Ach Gott, vielleicht kann ich die Tür ja aufhalten. Was weiß ich? Wenn die Tür auf ist, ich einfach den hier... Okay. Hm. Irgendwie muss das ja klappen. Hm. So, eigentlich müsste das nochmal gedreht werden. So, dann nochmal von der Seite. Ja, genau so brauche ich's. Hm. 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 Okay. Hm. Wieso? Wieso krieg ich diese blöde Sicherung hier nicht? Hm. Eigentlich muss ich ja... Ich muss das Ding hier nur zum Funktionieren bringen. Hm. Hm. Die Frage ist... Wie die Sicherung ist hinüber? Hm. An eine andere Sicherung komme ich nicht ran. Hm. 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 So, wie komme ich jetzt an diese blöde Kapsel ran? Äh, um die Sicherung. Hm. Mann, 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 Mann. Okay. Ein Versuch noch. Ansonsten... Ähm. Hm. Ja, mal sehen. Mal sehen. So, ich bin dran. Oh nein, okay. Noch ein Upgrade verfügbar. 25. Na, brauchen wir aber nicht. Ah, haben wir ihn doch. Okay. So. Ja, ja, so. Mach ich alles. Hm. Okay, mein Plan wäre, das Ding kurz anzuheben und dann die ganze Zeit... Mann! Ich brauche hierfür die Sicherung. Die will mir ja keiner... Ja, klasse. Soll ich denn bitte noch eine Sicherung herkriegen? Warum ist der immer noch geschützt? Verdammt. Mann, 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 Mann. Ja, toll, in die Richtung. Und was bringt mir das? Das bringt ja auch nichts. Okay, ich lese das jetzt schnell mal nach und dann... Sie mal weiter. Ja. Ja.